Haben Sie etwas damit aufhört? Ja, tun Sie mal an Norbert mit dem Schwanz, dann hört das auf. Sie haben so eine natürliche Wunschung und dann hört das auf. Ja, sie versucht dann nachts, es klappt wirklich. Sie ruft ihre beste Freundin an und sagt, hör mal, hat wirklich geklappt. Sagt sie, hör mal, mein Mann, der schnarcht doch auch so. Vielleicht klappt das bei dem auch. Sie versucht dann nachts, tut ein paar Lohrwetter drumherum. Er wacht morgens auf, geht nach unten. Ich denke, was ist das denn? Ja, ruft deinen besten Freundin an und sagt, hör mal, wir hatten doch gestern Kegel. Ich weiß, wir haben was gesoffen. Weißt du, irgendwas von der Sieger-Euro? Ich danke euch sehr. Ich weiß, ihr wartet auf Musik. Ich will euch nicht weiter im Nächsten geben. Dankeschön. Ciao. Dankeschön. Nico.